Hallo und herzlich willkommen zur 188. Folge The Western Front Armies. Wir spielen mal wieder OKW 3v3 und... Moment, ich möchte kurz einmal das bauen hier, bevor ich hier irgendwas anderes tue, bevor ich das verchecko. So. Und zwar, wir spielen zusammen mit einem anderen OKW-Heler, CCW und Oberfeldwebel Rölz, der die Wehrmacht spielt. Und wir spielen gegen dreimal Sowjets. Und zwar den Dream Abdul-Jabbar, den Trokar oder Troakar und Soldaten. Oder Soldaten. Wird set auf jeden Fall. So. Und wir werden jetzt erstmal drauf warten. Elite-Panzer und Elite-Truppen. OK, dann nehmen wir Plünder-Doktrinen. Dann sind wir die Plünderer. In der Hoffnung, dass wir vielleicht ein bisschen, ja so die Überreste abfangen können. So. Und ich würde sagen... Irgendwie kratzt mein Mauspad gerade. Moment. Entschuldigung. Was? Wolfs will Mittel gehen? Ja gut, das war aber zu erwarten. Ich würde sagen, wir bauen einfach hier so weiter. Ich glaube ja. Wobei... Ja doch. Einfach um da so schnell wie möglich alles für uns zu besitzen. So. Und dann brauchen wir langsam auch noch mal ein Kübelwagen. Um ein bisschen Feuerkraft zu besitzen. So. Inzwischen muss ich sagen, komme ich mit den Dingern dann doch einigermaßen klar. Optimal ist das immer noch nicht. Aber... Das ist zumindest brauchbar inzwischen. Na, der will doch wohl da rein. Bis ausschaut. Jepi 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 jepi. Der will da rein. Perfekt. Boah. Dann soll uns das mal egal sein. Da ist unser Kübelwügel. Äh, wir haben einen verloren. Das finde ich scheiße. Na, ich würde schon sagen. Der kommt doch wohl nicht weg. Du kleines A-Loch. Du kleines A-Loch. Schicken wir den mal eben zum Heilorn. Dann brauchen wir mal auch als Grannis. Okay. Da ist auch noch einer. Sehr interessant. Drehst du dich auch mal um? Genau. Guck mal da. Genau da sollst du hin. So. Ja, das war jetzt zu erwarten, dass das passiert. Das war eindeutig zu erwarten. Also, wie sieht das hier aus? Oh, wir können sie zumindest komplett zurücktreiben. Na, er denn jetzt vor? Bis hier können wir, glaube ich, ohne Probleme. So. Okay, das ist jetzt nicht mehr nett. So, und wir uns mal verpissen, bevor wir welche verlieren. Ist das halt erstmal so. Und bitte war's. Ah, ja. Da haben sie sie rausgebrannt. Das finde ich jetzt aber nicht so toll. Na. Da versucht sie sich... Ja, da schnappt sich das MG. Schiet und so. Ne? Hä? Ach, das ist da gar nicht. Okay. Ah, guck mal hier. Guckst du mal da? Ja, das dachte ich mir schon. Scheiße. Müssen wir aber... Fahre mal weg da. Ganz schnell. Ganz, 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 ganz schnell. Oh, 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 oh. Der ist ganz schön schnell, der Sack. Ist klar. Ist klar. Na gut. Dann werden wir mal rüber müssen. Der Start war schon mal nicht so optimal. Das Problem ist, dass wir hier auch nichts machen können. Aber auch genauso gut weg. Macht ja keinen Sinn. Das macht ja so keinen Sinn. Wenn wir hier mal unser Treibstoffdepot setzen. Ja. Und noch mehr. Die bösen Bögen. War das ein Sniper? Ich glaube, ja. Ah. Ich glaube, den Kübelwagen können wir so knicken. Das ist ein bisschen blöd. Das ist ein bisschen sehr blöd. Okay, wir müssen jetzt wirklich mal gucken. Sonst mal irgendwie gesammelt kriegen. Ah, diese blöden... Was machen wir denn gegen MGs? Hm. Die Artis bringt's nicht. Tja. Was macht man gegen MGs als OK Wähler? Also sinnvoll. Hm. Eigentlich nur die Flags. Was anderes bleibt uns da nicht über. Oder eben halt Abketten. Also Flags. Also Flags. Dann muss es nur Flags sein. Da, 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 da. Seht bloß mal zu. Dann sehen wir zu, dass wir mal in die Mitte gehen. Erstmal. So. Okay. Ja, super. Jetzt verlieren wir den Punkt auch noch. Das darf nicht sein. Aber wir sollen uns wirklich hier noch Probleme kriegen. Scheiße. Das ist nicht schön alles. Das ist gerade überhaupt nicht schön hier. Wir setzen uns ganz schön unter Druck. So. Halbzeit-Fahrzeug. Super. Ja, diese blöden MGs hier andauernd, ne? So. Komm schon. Auf. Ah, immerhin. Immerhin, ne? Ach, die können gleich nochmal da hin. Tschüss. Die werden nochmal eben hier hin. Das wäre halt da irgendwie mal. Eigentlich ist die Art hier doch gar nicht so schlecht. Allein deswegen. Ah, vielleicht gleich nochmal. Das ist jetzt erstmal wichtiger. Tja. Das will ja da schon wiederkommen mit dem. Das ist aber auch ein Arsch. Vielleicht da erstmal. Hm. Ja. Tschüss. Kann man nicht viel machen im Moment. Oh, oh, oh. Da ist das Flakgerät. So. Wir müssen mal jetzt hier Kuh poren. Soweit will ich mit dem Ding auch nötzt. So. Schießt du auch mal? Wäre sehr nett. Schießt du auch mal? So, Randa. Genau. Dankeschön. Einfach mal kaputt machen. Bitte was? Bitte was? Bist du mich verarschen? Schießt. Hallo? Schießt du mal? Alter. Will er mich verarschen? What the fuck? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, was da jetzt gerade passiert ist. Wieso hat dieses scheiß verfickte Teil nicht geschossen? Jetzt mal ernsthaft. What the fuck? War der zu nah dran oder was war das jetzt? Alter, was für ein Scheiß, ne? Jetzt haben die auch nicht getroffen. Wir brauchen das Ding. Das geht nicht anders. Schieß doch mal. Ja, fick dich, ey. Alter. Das ist Fail gewesen. Das ist richtig Fail gewesen. Schießt er nicht, wenn die so nah dran sind oder was ist da los? Das habe ich noch nie gehabt. What the fuck? Es hat auch Ewigkeiten gedauert, bis der sich mal überhaupt aufgebaut hatte. Das kann doch nicht angehen. Krupp auch verloren. Klasse. Das Ding verloren. Alter, ich könnte gerade ein bisschen ausflippen. Ja. Klasse. So viel dazu. Komm her, du Scheißteil. Das ist ganz beschissen jetzt. Und da ist noch nicht mal wirklich Deckung. So, komm schon. Jetzt aber mal hinne hier. Alter, schon wieder. Also manchmal... will ich mich das doch hier verarschen. So. Den soll der wohl jetzt... Alter. Jetzt mach den weg. Ernsthaft. Gibt's aber nicht hier. Ja. Randa. Nee, so lassen wir uns jetzt nicht locken. Vergiss es. Du kannst mal hier rüber. So. Und hier mal auf den da. Rein. Ja, so ist es okay. Sauber. Ja. Die sind echt lustig. Ich kann nicht alles machen. Ich muss mich hier auch in meine Base kümmern, ihr Fortskrippe. Oh Mann, ey. Läuft mal gar nicht. Bum, bum, bum. Was ist denn? Mal haben wir wenigstens das MG hier weggemacht. Waffen zum Vorrücken bereit. Ah Gott. Gibt aber auch noch eine Mine. Noch eine. Super. Geht noch mal zurück. So. Das Ding muss da raufhalten. Hallo? Ähm. Da so lang. Wenn du hier lang kannst. Oh Mann, ey. So. Repariert mir das Ding mal. Au, au, au. So, hopp. Randa. Wobei, eigentlich müssen wir uns das MG mal schnappen. Vielleicht ist das noch da. Sehr gut. Uh, uh, uh. Zum Glück konnte der das rechts bisher noch halten. So. Nochmal eben zurückziehen. Nichts verlieren. So. Ei, 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 ei. Ich wette mit dir, da hat er eh schon Pax stehen. Also wenn nicht, dann wird mich das wundern. Müssen wir auf jeden Fall jetzt erstmal hier durchmarschieren. Bum, bum, bum. So. Scheint da nix zu sein. Okay. Na, immerhin. Immerhin, bis jetzt Ruhe. Müssen wir mal hier hinten gucken. Da noch mal was kriegen. Wenn möchtest. Ja. Das war jetzt echt schon zu erwarten. Nicht gut. Nicht gut. Die haben schon die ersten Panzer. Das ist echt nicht gut. Oh, oh, oh. Tja. Kannst ja einfach mal probieren hier. Damit da noch irgendwas erwischen kann. Was hoffentlich keine Pax ist. Oh. Die haben sich da natürlich verpunkert. Ach, guck mal. Da haben wir sogar relativ Ruhe bis hier. Ja. Das ist kacke. Kann sich mal jemand um den Panzer klammern. Boah. Super. Super. Grün, was machst du? Geh da ran, Alter. Boah. Ja, super. Damit haben wir jetzt ein Problem. Damit haben wir jetzt ein richtiges Problem. Ja, vielleicht noch mal hier so über Hecke oder so. Da kommt zu uns hier, ne? Der Panzer. Ja. Nice. Ach man, Leute. Also keine Ahnung, was der Grüne da macht. Das wird mir mal was interessieren. Ja, okay. Das erklärt so einiges. Das heißt, mit dem können wir eigentlich gar nicht rechnen. Scheiße. Ja, gut. Damit sind wir dann eigentlich schon so ziemlich am Arsch. Einfach so rein von der Logik her. Wir werden irgendwann unsere Base verlieren. Das wird definitiv passieren. Da werden wir gar nichts gegen kumpeln. können. Ja, da sind sie schon. Jetzt versuchen nochmal hier so schnell wie möglich irgendwie mit den Raketen hier ein bisschen was zu reißen. So, wir brauchen jetzt dringend Raketen. Ja, super. Super. Ja, jetzt sind wir im Arsch. Ich hab's ja gesagt. Ich hab's ja gesagt. Scheiße. Oh, Mann. So. Wir müssen jetzt einfach nur das versuchen, hier so lange wie möglich irgendwie zu halten. Anderes können wir gar nicht tun. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Aua. 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 Ja. Tschüss. Damit ist der ganze Trupp im Arsch. Oh, Mann. Können wir das Ding auch genauso gut sprengen? Vielleicht erwischen wir noch einen Panzer. Nee, der wird das vorher zu stören. oder? Ja. Oh, Mann. Oh, Mann. Ja, danke für die nicht vorhandene Hilfe. Das war jetzt echt super. Das war jetzt richtig super. Oh, Mann, ey. Oh, Mann. Tja. Der wird das über kurz oder lang auch verlieren. Wir hätten in die Mitte gehen sollen. Wir hätten gleich in die Mitte gehen sollen. Wir hätten uns gar nicht da irgendwie mit dem Rand aufhalten dürfen. Das ist verloren. Das ist definitiv verloren. Wir werden uns gleich hier einfach rüberrennen. Weil wir keine Panzer haben. Keine Panzerabwehr. Können wir damit noch ein bisschen was bauen? Das ist doch zum Hürgen. Ja, genau. Das ist jetzt super schlau. Alleine jetzt. Ach, Gott. Egal. Ich sage da jetzt nichts mehr. Er will das ja anscheinend machen. Er meint, er kriegt das hin. So. Ja, das ist auch ganz krass. Was? Ist das Asi? Was? Ist das Asi? Okay. Tja. Da war ja eigentlich zu erwarten, dass das da ist. Ja, da sind die Panzer. Schön geblockt hier. Na? Ein Art hier oder so? Na ja, cool. Wird lachen. Komm schon. Holt auf die Scheiße. Aber super. Aber immerhin. Immerhin. Na, Weltmittel holen. Geht nicht anders. Oh Mann, oh Mann. Nee, nee, nee. Er kann sich eigentlich genauso gut verziehen. Da müssen wir hin mit den Dingern. Ja, der eine Panzer ist doch noch relativ frei. Er hat eine Pakt hier gehabt. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich sage da nichts zu. Mann, wir haben uns da auch nicht gerade mit rumbekleckert. Das ist mir auch bewusst. Aber. Hm. Ja. Ihr habt keine Ahnung, was wir da jetzt noch machen können. Er macht das ja hier ganz gut. Er hat das ja auch gut unter Kontrolle. Aber. Ja. Was soll man sagen, ne? Wir kriegen einfach keine Treibstoffpunkte. Das ist echt ein Problem. Das ist ein richtiges Problem. Tja. Jetzt würde ich sagen, dann bauen wir jetzt hier unsere Base auf. Und dann mal zusehen, dass wir hier rüberkommen. In die Mitte. Das Problem ist, dass wir hier so eine beschessene... Jetzt sammelt er sich hier. Jetzt sammelt er sich hier. Ob ich das richtig gesehen habe. Nicht? Mir war so. Echt nicht? Okay. Es wird nämlich so. Dann werden wir jetzt mal hier rüber. Hm. Aber das hat doch noch mal kündigt. Das war ein Rack. Einer. Einer. Hier hoffentlich nicht auch ohne Probleme. Ah, guck mal. Da hat er noch Bomben. Ja, saftsack. Können wir die irgendwie sprengen? Geht das? Scheint nicht. Oh, wir dürfen mal hin. Sehr gut. Da waren wir ihn jetzt über. So, raus da. Wir wollen eh nur was werfen. Sehr gut. Das war gut. So, und jetzt. Tschüss, 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 tschüss. Und dann, 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 dann. Guck mal. Wir haben da auch noch ein bisschen was für dich. Aber irgendwie haben wir hier nicht richtig gegen an. Oh, scheiß Elite. Ach. Ich will da nur blocken. Mehr will der gar nicht. Mehr will der gar nicht. Oh, oh. Hat er denn da aufgedeckt? Hm, okay. Interessant. Aber. Ja. Brauchen wir immer noch ewig bis zum Panther. Wir hätten uns echt mal eine Stücke holen sollen. Stücke zu Fuß. Das wäre wahrscheinlich echt die bessere Wahl gewesen. Ja, komm. Bezieht euch mal. Wir müssen mal alle nach vorne kommen, hier. Brauchen wir euch hier. Das war zügig. So. Oh, oh. Oh, oh. Das müssen wir aber. Okay. Wir müssen noch einigermaßen abblocken können. Der wird noch was werfen. Ne. Interessant. Doch, der wirft was. So Jungs, geht mal ein bisschen ran hier So, ich möchte jetzt dass wir hier die Mitte mal irgendwie uns holen Sehr gut Oh, der verliert hier Was ist da los mit dem ist er auf K? Ist er grad auf K? Oder was ist da los? Wird ein bisschen so Okay Was ist denn da jetzt los? Ob wir einfach Gruppen verlieren Ich hab keine Ahnung Bin grad ein bisschen Überrascht Alles voller Gruppen Aber irgendwie Haben die eben nichts gemacht Fäll Ja Da werden sie jetzt ärgern Das was ich aber nicht zu Arsch So Jetzt müssen wir da eine Granate hinwerfen Bäm Danke So Was haben wir doch hier Ist doch mal geschafft So einigermaßen Ja Einigermaßen Äh Los Doch mal vorne Nein Nicht sterben Nicht sterben Nicht sterben Nein Gott Gott Ja Tod Und da kommt der nächste Panzer Und der auch weg Der auch weg Scheiße Das war Ja Deswegen Ja Ich hab den Ah Ich hab den Punkt vergessen Jungs Ich hab vergessen Den Rückzugspunkt hier zu setzen Scheiße Tja Ja Wir müssen einfach Nein Aufgeben Ne Aufgeben Tue ich trotzdem nicht Das kannst du knicken Komm Verzieht euch mal So Perfekt Das ist natürlich perfekt So Oh Gott Jetzt wird hier alles auf die Fresse kriegen Ja Gut Tiger Okay Nett Nur leider Schissen glaube ich Na egal Gucken wir mal Vielleicht wird das ja was bringen So Obersoldaten eventuell nochmal Oh shit Die können sich ja nicht genauso gut verziehen Äh Egal Wir bleiben jetzt hier erstmal Werde uns jetzt hier Versuchen Durchzusetzen Sehr gut Zieh dich mal Boah Noch ein Ding verloren Hm Muss ich auch nochmal verziehen Ich glaube wir brauchen jetzt erstmal ein bisschen Nichts zum Denksen hier Oh oh Ja ja Gucken wir mal Gucken wir mal Wo sind denn das Unser MG Trupp Ach die sehen wir jetzt Oder wie Okay Ist natürlich nice Sehr gut Das war sehr sehr gut Okay Jungs Ab nach vorne wieder Das könnt ihr eigentlich mal einnehmen So Ja Soviel zum Thema MG Kannst du mal dieses blöde Gebäude endlich mal wegmachen Das geht mir echt ganz schön auf den Piss Da kann er ja die ganze Zeit nachrüsten Kannst du mal da raufhalten Was kommt da Was ist das Ich hab keine Ahnung was das ist Oh Panzer Schön in die Seite bitte Komm schon Na So nicht Nein Panzer Panzer Nur Panzer bitte No Schönen Ruf halten Oh 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 Gut schon Oh Ralf da Gibt's doch nicht Ziemlich verarschen Ja Leer geschossen Aha Na komm 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 Scheiße Na jetzt hab ich den Fub schon wieder vergessen Shitless Komm ran hier Schön drauf ballern jetzt So Sehr gut Sehr gut Sehr gut Das hat immerhin hingerauen Und immerhin Forderpunkt kurzzeitig Abgenommen So Ab nach vorne Und wir brauchen nochmal dringend Volksgrenadiere Ich brauchte mir auch nochmal einen zweiten Trop Injis Puh Ah Dieses Gebäude Das macht mich wahnsinnig Das macht mich echt wahnsinnig So wir brauchen mal wieder Treibstoff So jetzt macht dieses blöde Ding endlich mal weg Ne Wir brauchen immer noch Muni Okay Haben wir denn 52 Okay Au Das ist aber nicht nett Na Zwei Packs Ich glaube ich zwei davon So Hopp hopp Gehen wir da rauf O Eieiei Aber schon wieder ne Bombe Ja die machen das echt gut Also die halten uns damit echt klein Das muss man hier wirklich lassen Da müssen wir mal ganz schnell Ganz ganz schnell Okay Aber Ein kaputt gemacht? Ne. Aber da musst du mal ihn raufhalten. Jetzt habe ich den nämlich auch verloren. Das ist nicht schön. Komm schon. Komm schon. Ei, 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 ei. Okay. Wir haben immerhin den IS zurückgeschickt. Ja, wir konnten uns ja noch ein bisschen fangen wieder. Aber, hm, ne? Richtig gut. Sieht's nicht aus. Naja. Ja, jetzt sind da wieder Panzer. Das war ja irgendwie klar. Hm, sollten da drüben helfen. Okay, bringt das, glaube ich, jetzt gerade nicht hier. Gerade just in diesem Moment zumindest. Nicht. Irgendwie. Oh, oh. Komm, wir müssen da drüben versuchen, da frei zu machen. Da liegt eine Mine. Komm schon. Tschüss. Tschüss. Na. Wir müssen mal draußen fahren. Oh, oh, oh. Was? Was, was, was? Okay. Wer will uns? Aber, aber. Alter. Was kommt denn jetzt da alles entgegen? Gibt's aber nicht. Okay. Schneller, 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 schneller. Komm schon, komm schon. Wirklich. Wirklich. Ganz, 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 ganz schnell. Uh, uh, uh. Hm. Das ist jetzt natürlich alles nicht so optimal. Zumindest den noch versuchen, wegzuholen. Oh, 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 oh. Ah. Ja, nicht, dass der IS jetzt hier gleich irgendwie... Ja, die kommen jetzt gleich. Shit. Ja, jetzt leidet er quasi unter dem gleichen Problem, was wir auch schon erleiden durften. Da kommen wir nicht durch. Tja. Natürlich echt. Ah, shit. Scheiße. Nee, ich würde sagen, das war's. Ich hab's ja schon angekündigt, dass wir das wohl verlieren werden. Hm. Tja. Wir haben uns da aber auch nicht wirklich mit rumgekleckert. Das muss man einfach mal sagen. Das muss man einfach mal sagen, wie's ist. So. Hm. So sind die jetzt nicht mehr da. Sind denn die jetzt? Puh. Tja. Hier sind die Panzer. Da ist einer. Einer von vielen. Puh. Ja. Hier sind die Panzer. Tja. 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 Ach, guck mal. Jao. Das hat ja wohl mal voll gesessen, was denn? Also ich muss schnell verziehen. Ja, auch. Ja, super. Ja, ich wollte da, ja. Aber ihr wolltet ja nicht. Zu dem Zeitpunkt. Und schon. Na, kriegst du den weg? Na? Ja. Das ist gut. So, jetzt müssen wir aber mal hier. Ja, jetzt müssen wir aber mal. Oh, oh, oh. Und schon. Kriegst du die? Der Pack muss auf jeden Fall zuerst. Sauber. Jetzt der Panzer. Scheiße. Bewegen, bewegen, bewegen. Ja, das war klar. Das war ja jetzt irgendwie klar. Oh, das ist doch schön jetzt hier. Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht, dass wir das noch so... Oh. Oh. Nein. Nein. Lasst meine... MGs. Power. Und schon. Hol ihn dir. Hol ihn dir. Na, fahrt du mal da lang. Oh, oh, oh. Was für ein Match bisher. Muss man ja mal sagen. Hardcore. Aha. Was ist das? Das ist nur das MG. Okay. Mal drehen. So. Panda. 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 Mein weg. Komm schon. Okay, sauber. Sauber. Okay, jetzt brauchen wir aber erstmal hier... Bisschen Unterstützung. Uh, 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 uh. Shit. Waren wir hier weg. Okay. Da muss noch irgendeine Pack oder so, ich weiß es nicht. Was kommt denn jetzt von da an? Gammelt. Ja, egal. Wir fahren mal eben schnell... Kurz reparieren. Das brauchen wir auf jeden Fall jetzt eben. Uh, 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 uh. So, repariert ihn. Das war zügig. Puh. Dass wir das nochmal echt... zumindest gehalten bekommen, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Vielleicht nochmal Obersoldaten holen. Den können wir ja gar nicht im Moment. Das ist hier. Das sieht alles gut aus. Ja. Da ist natürlich noch ein kleines Problem. Da wollen wir mal eben schnell hinfahren. Ja. Da müssen wir jetzt hin. Da müssen wir jetzt ganz, ganz schnell hin. Scheiße. Ah, der ist ja dann gefahren, hätten wir hier hinfahren sollen. Shitty, shitty, shitty. Vielleicht nicht ganz so schlau. So, rüber da. Im Moment. Davon was. Zackig, zackig, zackig. Zackig, zackig. Ja, ich weiß. Genau, deswegen ruschen wir hier gerade. Bum, 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 bum. Da sind öffnen Familien. Ein Trupp bitte zuerst. Der andere Trupp bitte da hin. Jupp. Das hab ich mir nämlich schon gedacht. Du Arschloch. So nicht. So nicht. So. Sehr gut. Weiter. Ran, ran, ran. Noch ein Trupp. So. Die können wir mal eben reparieren. Die Schnäpprei sind. Einheiten zusammenschließen. Wir sind auf 10 Punkte gefallen. Äh, shit. Deswegen. Okay. Müssen wir jetzt nochmal ganz schnell ran hier. Oh, oh, oh. Komm schon. Mach mal den Panzer da weg. Oh, 5 Punkte. Ey, das gibt's nicht. Ätzend. Wegen den Punkten jetzt hier, oder was? Scheiße. Was machst du denn da, du Behindie-Panzer? Ja, da war's das. Ah. Na, aber es war ja doch noch ganz witzig. Muss ich mal sagen. War ja doch echt noch ganz lustig. Na ja. Verhältnis bekommen. Na, auch nicht viel besser. Hm. Jo. War ja irgendwie ein merkwürdiges Spiel. Aber wir hätten uns gleich auf die Mitte konzentrieren müssen. Ich hab das ja auch immer wieder gesehen, dass der in der Mitte sich zu schnell zurückgezogen hat. Tja. Tja. Dabei waren wir sogar schadentechnisch der Schlechteste. Ist ja auch witzig. Ja gut, der Königstiger, der hat natürlich, oder der Tiger ist, der hat natürlich eine Menge rausgehauen. Ja, das war alles irgendwie ein bisschen suboptimal, möchte ich mal sagen. Aber so ist es halt. Ich hoffe trotzdem, ihr habt irgendwie irgendwo Spaß gehabt. Und, jo. Wir sehen uns dann einfach beim nächsten Spiel. Auf bald!